Müsstens hallo zu einer neuen Folge sims mobile und wir sind hier auf der Party die wohlfertig ist 5 gute Arbeit ich weiß auch nicht gerade was weiter los war aber auf jeden Fall das ist wieder die Marie Marmelade denn ich muss noch etwas erzählen das kann ich jetzt inzwischen das machen nämlich ich habe es geschafft die Klara also die richtige Klara hier seht ihr Seelenpartner ich habe es geschafft die unter den Kontakten zu bekommen ihr habt ihr gesehen ich habe eine Party geschmissen und da habe ich sie eben getroffen jetzt haben wir das gleich so machen wir es gleich so und das haben wir jetzt natürlich jetzt auch vor jetzt mache ich das noch das Baby da fertig machen und ihr seht ihr da läuft Unicorn bisschen dumm süß aber was steht denn da eigentlich jetzt noch da weil zurück zum Spiel einfach ich bin ja schon getrennt da steht jetzt Bobble Waffel nicht mehr Sohn okay oder steht der automatisch nicht Sohn das weiß ich jetzt nicht weil bei ihr steht ja doch der Unicorn Waffel doch bei ihm auch steht weiß ich jetzt nicht jetzt muss ich das schnell beenden bitte er kann sie doch endlich mal beenden weil das dann Flaschen geben und dann müsste das fertig sein also bin ziemlich froh so fertig ja das muss man eigentlich immer machen das ist eigentlich ziemlich wichtig schau mal okay was schon so also was steht denn jetzt einfach eine Bobble Waffel für ihr Tochter Verwandte okay dann die Klara steht eh schon hier wo ihr sie seht und hier kann man den Antrag machen und das werden wir jetzt mal tun und es dauert fünf Stunden weiß ich mal sehen was dauert fünf Stunden 21 das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht Warte und oh nein Leute ich glaube das schafft man nicht mehr in der Folge das ist schön wenn wir natürlich spielen aber ich glaube nicht mehr so dass wir das noch in der Folge schaffen und sie kann dabei eben das machen ähm aber schon süß oder und es ist halt so dass die klar ihr seht ihr hier der blaue Button da oben ja der blaue da oder der blaue Kristall der ist eben da weil es ja wirklich ein richtiger Mensch ist und weil sie ein richtiges Zuhause hat und ja das ist eigentlich ziemlich falsch muss ich sagen und ja also ich kümmere mich jetzt eigentlich hauptsächlich um alles also eigentlich kümmere mich um alles ist ja die Hausthammer hier ja der Mikro hat der sicher noch nicht das ist das einzig neue das ich verändert habe ähm und es sind halt ein paar Sachen das mit der Klara das hat mich verändert ich habe mich scheiden lassen also alles heute in der Früh passiert also ihr könnt das nicht wissen weil ihr seid ja nicht immer bei mir wie soll ich das sagen warte was haben wir da Belohnungen abholen ja ich habe nichts geschafft ich habe jetzt halt noch vier stunden und ich kann jetzt halt nicht vier stunden lang spielen was deutlich klar ist ständig vor vier stunden das mache ich schon aber ich mache das jetzt im video nicht oh nein sie mag weil das funktioniert man es bringt mich trotzdem eine gute idee was habe ich angeklickt ja was habe ich angeklickt man das sieht man nicht ach komm ich habe ja wenn man das mal hier ist drei cupcakes und ich habe insgesamt 90 ähm aber die werde ich jetzt nicht benutzen benutzen weil das bringt mir jetzt nicht so viel und mache ich das einfach hier fertig bis wir null haben und dann beende ich das video aber selder ich will eigentlich noch eine selder folge heute aufnehmen das wäre eigentlich noch so und es gibt ähm und ihr fragt euch sicher wieso es im moment kein intro bei den videos gibt das einfach nur das ist deshalb da gibt es natürlich einen grund weil mein speicher nicht mehr aushält weil man und weil mein aufnahme also mein schneideprogramm nicht mehr gut nicht mehr so gut funktioniert und es ist irgendwie schneiden irgendwie geht das zusammen scheint nicht mehr und irgendwas hängt da und ich werde natürlich beheben aber jetzt ist mein speicher auch so voll und alles und jetzt kann ich halt auch nicht so lange video ich mache jetzt ein längere video dafür ohne intro dass ich das nicht schneiden muss und ich will mal sagen das war es das war es für das video das auch ich hat dass ihr seht eh online klarer und das war's für die folge wir sehen uns bei der nächsten